Hey yo Leute, was geht? Peace meine Freunde, ich bin wieder euer Remix Mods, heute wieder hier mit einem erneuten Video. Und ja Leute, zu meinem letzten Video GTA 5 Mods, ja Leute stimmt, GTA 5 Mods werden komplett aufgelöst. Und ja Leute, deswegen versuche ich halt mehr CO2 Mod Trolling Videos zu machen, oder sehen sich hier andere Mods, ich werde gucken für welche Spiele es Mods gibt, und ja Leute, ich weiß wie ihr Fragen oder was habt, ich gehe wahrscheinlich heute oder morgen auch wieder live, könnt ihr mir in den Chat anschreiben, was ihr vorhabt. Und ja Leute, ich würde mir sagen, O-Time, bis zum nächsten Mal und auf euer Video. Outro